Da wären wir wieder zurück. Dr. Love, Hatoful Boyfriend, Runde Nummer 2 ist angesagt. Wer den letzten Teil nicht mitbekommen habt, schaut in die Playlist dort rein. Schaut euch jetzt den ersten Teil ein, denn wir haben vor uns eine Dating-Sim. Ich bin ein kleines Menschenmädel und bin an eine Schule gegangen für hochbegabte Vögel. Und mit Vögel meine ich Vögel. So Tauben und Krähen und alles mögliche dort. Und wir sind gerade wieder zurück aus den Sommerferien, haben unseren ersten Tag in unserer Schule fast hinter uns. Und sind gerade aus dem Zimmer der Schuldoktors rausgegangen, wo unser bester Freund Ryota wegen seines schwachen Magens kurz reingegangen ist. Aber anscheinend ist er wieder raus. Der Doktor war ein bisschen creepy, deshalb hoffe ich, dass ich den nicht so schnell wiedersehen muss. Also, ich bin raus aus dieser Höhle des Bösen. Ryota ist schon nach Hause gegangen. Was soll ich jetzt bloß machen? Wahrscheinlich gehe ich als Menschenmädel, ich bin übrigens Johnny Love, das Menschenmädel. Und Ryota ist mein bester Freund. Oder er scheint wohl ein bester Freund zu sein. Aber er ist auch ein bisschen scharf auf mich, glaube ich. Der hat mir schon so durch die Blume dann gezeigt, er würde gern mit mir schon mal irgendwo ein paar Würmer picken gehen. Oder so drückt man das doch auch Regie, wenn man das sagt in Vögelsprache, oder? Gehen wir gemeinsam ein paar Würmer picken, sozusagen. Aber er ist schon nach Hause gegangen. Was soll ich jetzt machen? Soll ich einfach nach Hause alleine gehen? Oh, oh. Ich habe ja letztes Jahr versäumt, irgendwann einem Club beizutreten. In Japan ist es so, dass man zusätzlich nachmittags so zu Vereinen innerhalb der Schule gehen kann. Dem Maler-Club, dem Sportler-Club und so weiter. Und das ist eine ganz große Tradition. Habe ich alles durch Persona gelernt natürlich. Weiß ich ganz genau Bescheid drüber. Und anscheinend ich, der im zweiten Jahr hier an dieser Vogelschule bin, hat im ersten Jahr nie bei so einem Club dann mitgemacht. Und mal sehen, vielleicht können wir da jetzt was anstellen. Mal sehen, was meine Optionen sind. Ich glaube, es gibt hier Clubs für Baseball, Fußball, Laufen, Kendo, Migration. Ach, das ist wahrscheinlich so Vögelwanderung oder so. Oder Vögelglotzen. Aber dann ist es ja Vigorismus, wenn ich selbst ein Vogel wäre, oder? Gab es da nicht noch eins? Egal, ich fange mal mit den Läufern an. In der Grundschule bin ich selbst gelaufen. Und es war immer sehr lustig zu sehen, wie die Vögel so herumhoppeln. Würden die nicht eher fliegen statt laufen? Egal. Ich glaube, deren Clubraum ist hier im Erdgeschoss, auf der anderen Seite. Ein weißer Vogel hat einen Nervenzusammenbruch draußen. Das ist kein Pudding für einen Menschen. Vielleicht ist das ein Wortspiel, was ich nicht verstehe. Oko-san rejects it. It is a liar. Vicious forcification. Also anscheinend ist das vielleicht Oko-san oder San, wie der Vogel hier betitelt wird. Und irgendjemand lügt. Oder wir hören die Übersetzung. Und das Kuh ist wahrscheinlich das, was er sagt. Und unten, tut mir leid, das ist eine Lüge. Ja, das ist eine bösartige Lüge. Er tanzt auf einem zerdrückten Pudding. Hey, das ist nicht nett, dem Pudding gegenüber, sage ich. Okay. Vogel wird gesprochen von diesem Charakter hier. Das ist Oko-san. Er sieht nicht danach aus, aber er ist anscheinend eine spezielle Art von Vogel, denke ich. Ich kann nicht alle Vogelarten auswendig auf Englisch, deshalb sage ich einfach immer Vogel. Egal. Taube, Schwalbe, whatever. Irgendwas wird schon stimmen. Egal, er ist ein bisschen übermütig drauf. Oko-san wurde getäuscht. Ja. Das ist ja quasi schon ein Betrug. Ein Betrug? Oko-san hat gesagt, dass... Das ist sehr schwierig geschrieben gerade hier. Ja, dass Pudding den neuen Mitgliedern des Laufvereins gespendet werden soll. Aber das ist kein Pudding. Ah, ich fühle mich so betrogen. Ja. Wurde ich hier in die Straße rausgezogen und erschossen von denen, denen ich vertraut habe, am meisten. Vielleicht sollte ich wie Yoda übersetzen, dann kann ich das, ja. Es ist wahrscheinlich ein Vogel, der wie Yoda spricht. Es ist zerdrückt und dreckig, aber das Ding unter seinen Füßen sieht aus wie einfach normal gekaufter Pudding aus dem Laden. Was ist denn falsch damit? Ah, sei doch nicht so... Junge Frau, sei doch nicht so aufsässig. Oko-san verwendet die Flügelattacke. Es ist super effektiv. Oh Gott, oh Gott. Er hat uns eine geklatscht. Einfach. Der Oko-san. Sie werden den Tag noch bereuen, an dem sie Oko-san betrogen haben. Ich werde sie ausgepeitscht und dann erhängt und dann erschossen haben. Früh morgens. Er wird's. Oko-san soll nun trainieren, um den wahren Pudding zu erreichen. Auf Wiedersehen. Und er ist weg. Also was ich schon mal über den Oko-san sagen kann, den werde ich nicht daten, weil da weiß ich ja die Hälfte der Zeit nicht, was er meint. Er ist sehr selbstzentriert. Er schreit rum, dass man ihm Menschen Pudding gebracht hat, anstatt neuen Pudding für die neuen Mitglieder. Und läuft einfach weg beim ersten Anzeichen von, ich habe keine Ahnung. Er ist ein guter Läufer, aber was hat Pudding mit dem Läuferteam zu tun? Tja, und das war's mit meinem ersten Tag meines zweiten Jahres an der St. Pigeonation, an der Schule für hochbegabte Vögel. Oh, und das war wohl schon das Wochenende. Das war ja der 8. April, jetzt sind wir am 11. Und da ist der Lehrer, Kazuaki, ich glaube, wir wollen heute die Schulsprecher auswählen. Oh, oh, oh. Wie du schon weißt, verlangt diese Schule nicht, dass du irgendeinem Club beitrittst. Aber, wenn du willst, kannst du das natürlich, aber wenn nicht, kannst du auch gerne nach Hause gehen nach der Schule. Speziell in Japan ist es wichtig, dass man diesen Clubs auch beitritt, weil es so eine soziale Komponente ist, die man sonst verpasst. Wenn alle dann gemeinsam in den Clubs abhängen und Zeug anstellen, was soll man alleine zu Hause anstellen. Deshalb ist es, glaube ich, besser. Wenn man ein bisschen Inter-Spezies, Interaktion haben will zwischen Mensch und Vogel. Oh nein, nicht so wieder Okusan. Okusan hat nur Zeit für das Läufer-Team. Das ist gut. Was ist mit dir, Chirugane? Auch Chirugane war dieser hochnäsige Vogel. Eine höchst sehr anmaßende Frage. Ich habe schon eine gewisse Stellung hier. Ach ja, das stimmt. Du wurdest ja der Präsident der Studenten hier, als du eingeschult wurdest. Aha, das ging aber schnell. Ha, Nepotism. Hier, Vetternwirtschaft. Wir kriegen nicht mal eine Chance, hier dafür zu wählen. Genau. Oh, und da ist Ryota, unser guter Freund, dem ich schlecht ging vor ein paar Tagen. Mensch, mir reicht es schon, wenn man zur Schule kommt. Ich habe keinen Bock auf einen. Ja. Oh, und ich sage natürlich zu ihm, er muss sich ja auch um seine Mutter alleine kümmern. Also, da kann er sich ja nicht einfach die Zeit selber davonstehlen und in der Schule irgendwelche Kunst oder so machen. Das geht ja gar nicht. Hm, ich wundere mich, was ich denn so tun soll. Okay, und wenn ihr es vielleicht mitgezählt habt, wir sind im zweiten Teil angelangt. Das ist jetzt die erste Gameplay-Entscheidung, die wir treffen können in dem Spiel. Oh, ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Welchen Club sollen wir denn beitreten? Also, soll ich der Studentenschaft beitreten? Ja, dem Studentenrat, soll ich dem Läuferteam beitreten oder soll ich dem Büchereiteam sozusagen beitreten, der sich dann um die ausgeliehenen Bücher oder so kümmert? Lass mich mal nachdenken. Wenn ich zur Bücherei gehe, da hatten wir beim letzten Mal eine sehr schüchterne Taube getroffen, einen Frischling, der nur in seine Bücher geguckt hat und uns halbwegs so ein bisschen mit dem Auge angeguckt hat. Aber, muss ich auch sehen, vielleicht steht ja Johnny Love, unser Mädel, dort auch den schüchternen Typ. Wenn ich hier der Studentenschaft beitrete, dann haben wir natürlich unseren sehr hochnäsigen Vogel hier. Und wenn ich dem Läuferteam beitrete, da haben wir Oko-san, der eh ein bisschen wirr in seinem Vogelkopf ist. Ganz ehrlich, ich glaube, ich will mal eine Herausforderung haben und gehe in die Studentenschaft hier mit rein, in den Schülerrat und vielleicht können wir ja das kalte, kalte Vogelherz, dieses hochnäsigen, hochadeligen Vogels, so weich machen, dass es eine Romanze wird, an die wir uns alle erinnern werden. Also solange wir dieses Video gesehen haben und nicht vergessen haben. Also, so, jetzt haben wir alle, die was wählen wollten, die haben gewählt. Habt Spaß, sagte Lehrer. Oh, ich bin sehr gespannt, obwohl, vielleicht mache ich es so, wir haben ja rausgefunden, der hochnäsige Vogel ist ja der Bruder von dem geilsten Stecher hier an der Schule. Vielleicht kann ich ja über Umwege. Man weiß ja sonst nie, wo die Liebe hinfällt und oft ist es nicht der gerade Weg. Man muss vielleicht den Umweg nehmen über eine andere Person oder einen Vogel. Aber wir werden es gleich sehen. Also, heute ist ein sehr besonderer Tag. Was soll ich tun? Oh, was Neues, wir haben Statistiken da oben. Weisheit 1, Vitality, wahrscheinlich meine Hitpoints 800 und Charisma 5. Das kann natürlich nicht so stehen bleiben, weil ich glaube, Charisma hätte ich wesentlich mehr. Wo wollen wir jetzt hingehen? Wollen wir Mathe machen, wollen wir Sport machen oder wollen wir Musik? Auch schwierig, ne? Es hängt vielleicht davon ab, dass man gewisse Statistiken dann aufbaut und dann je nachdem, wie gut man an gewissen Punkten dann ist, auch verschiedene andere Vögel angraben kann. Vielleicht steht der eine ja eher drauf, wenn man ein bisschen künstlerisch drauf ist. Ich glaube, als Menschenmädel habe ich eh schon mal einen Vorteil den ganzen anderen Tauben gegenüber, weil ich bin ja alleine da. Also dann gibt es ja bestimmt eine gewisse Attraktion. Ich würde mich aber auch eher sehen, ich bin ja mehr der musische Typ. Also wenn ich mich künstlerisch ein bisschen ausdrücke, Musik. Musik ist ja auch eine Sprache und man muss ja nicht unbedingt die gleiche Menschensprache oder gleiche Taugensprache sprechen. Musik verbindet universal. Deshalb gehe ich zur Musikstunde. Wir haben Vogelmelodien gesungen. Es war ein bisschen ermüdend, aber zusammen singen macht Spaß. Tschirp, tschirp. Johnny ist aufgelevelt. Charisma ist um fünf aufgesingen. Habe ich es doch gesagt, ja? Musikantenvögel sind charismatische Vögel und musikalische Menschen auch. Musik. Ach, ich war mir ziemlich sicher, dass ich da beitreten wollte an den Schülerrat. Aber was macht denn der Schülerrat überhaupt? Wir haben ja das Wählen dann übersprungen und es scheint wohl so, als ob nur ich und Sakuya im Schülerrat drin sind. Dieser hochniesige, verdammte Sakuya. Aber egal, er hat ein Meeting einberufen, also bin ich zum Versammlungsraum. Sieht eher aus wie ein Büro eines Ölmagnaten. Als ob J.R. Ewing gleich kommt mit seinem Hut und dann irgendwelche Firmen übernimmt. Das sagt er ja auch hier, der Johnny. Sieht aus wie das Office von dem CEO, von dem Firmenvorstand. Natürlich sieht es aus. Glaubst du, ich würde mich für irgendetwas Geringeres dann erweichen lassen? Hallo Sakuya, du hast das anfälligen lassen? Ach, dieser Ruhm, dieser Raum war mal echt dreckig, aber war damals besser für Hasen geeignet als für uns. Mann, was für ein Stall. Hast du dich entschieden, das sagt er zu uns, hast du dich entschieden, welche Position du einnehmen willst im Schülerrat? Ich darf mir das aussuchen? Ja, wer wäre denn sonst hier, um für dich das auszusuchen? Verdammte Japaner. Oh, meine Güte. Bist du nicht auch Japaner, Sakuya? Verarsch mich ja nicht, ich bin Franzose. Ah, okay, vielleicht spreche ich das die ganze Zeit ja auch falsch aus. Es ist nicht Sakuya, sondern Sakuya, französisch ein bisschen. Ich bin Französe. So ist das also. Ein französischer edler Vogel, das klingt ja lecker. Also muss ich mir wohl jetzt eine Position auszusuchen. Super, jetzt habe ich ja eine Stimme für Sakuya, ich kann ihn einfach französisch synchronisieren, toll. Da weiß man, wer wer ist. Ich glaube, ich werde, oh, werde ich der Vizepräsident, werde ich der Schatzmeister oder werde ich, ja, der, ähm, sozusagen der Clerk, der, äh, den Schalter bedient. Ganz ehrlich, wir sind zu zweit hier, ja, und, äh, Schatzmeister ist zwar schon cool, da hat man ja so die Übersicht über die Finanzen, aber, Clark, da begibt man sich ja schon auf eine weite Stufe, ein, ein, es, es ist schon ein weiter Abstand zum Präsidenten. Und ich glaube, ich habe es mir mindestens verdient, Vizepräsident zu sein, weil wer unter Sakuya Vizepräsident ist, der kommt bestimmt auch, äh, gut an bei seinem scharfen Bruder. Ähm, du wirst gerne mein rechter Flügel sein. Ha, 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 äh, du hast vielleicht Nerven, ich mag das. Ich glaube, wir haben uns gerade, ähm, angenähert. Okay. Mann, der sieht ja richtig, äh, happy aus gerade. So begab es sich, dass ich der Vizepräsident des Schülerrates geworden bin. Der Schülervögelrates. Und jetzt ist es Nacht. Und ich wohne anscheinend auf dem Berg in der Höhle. Warum auch nicht? Mann, zu Hause so herumzusitzen, das ist doch entspannt. Äh, oh. Morgen ist ja der, der, die Schulwanderung. Der Schulausflug ist morgen. Sollte ich irgendetwas vorbereiten? Wir werden zwar nicht weit gehen, also muss ich nicht viel packen. Ach, erst sollte ich mich aber um die Gesundheit kümmern. Ich glaube, ich habe, ich besorge mir gleich mal ein paar Nudeln und gehe dann schlafen. Und Udon ist, glaube ich, eine Nudelart dort, wenn ich mich nicht irre. Also als Vogel wohnt das Menschenmädel in der Höhle und isst Nudeln. So wie es sich gehört. Heute ist der Schulausflug angesagt. Ähm, wir haben uns nahe des Hügels für eine klaune Pause hingesetzt. Mit wem sollte ich jetzt sprechen? Okay. Mal sehen. Okay, Ryota. Klar, unser bester Freund, der will auch ein bisschen was von uns. Aber ganz ehrlich, ich will nicht so viel von Ryota. Wir haben da ja bessere Optionen. Sakuya ist ja gerade jetzt hier unser, wir sind ja ein bisschen jetzt Buddy-mäßig oder sowas drauf. San ist natürlich der Verrückte aus dem Trackteam. Und ich glaube, Kazuaki müsste der Bruder von Sakuya sein, oder? Wissen wir das noch, Regie? Wahrscheinlich nicht, ja? Wer Kazuaki war, wissen wir das? Kazuaki war aus der Bibliothek. Okay, ich hätte jetzt fast gewählt. Okay, dann gehe ich lieber erstmal, um auf Nummer sicher zu gehen, zu Sakuya. Vielleicht komme ich darüber auf seinen Bruder. Mann, ich muss mir mal aufschreiben, wie der Bruder von Sakuya heißt. Weil den will ich, den will ich angraben. Da ist er ja. Unakzeptabel. Mann, dieser Sakuya ist wieder total aus dem Häuschen. Warum? Warum müsste ich mitkommen zu einem Platz wie diesen und auch noch zu Fuß? Ich verstehe nicht. Es ist ein, achso, es ist ein Ausflug, Sakuya. Du musst gehen. Ja, fliegen geht ja nicht bei einem Ausflug. Obwohl, verdammt, da kommt wieder so die Deutsch-Englisch-Schere, ja? Ausflug könnte man ja auch wirklich nehmen bei Vögeln. Der könnte wirklich einen Ausflug machen. Aber hier ist mir ja so eine Wanderung dann angedacht. Zu welchem Zweck, ja? Warte, achso, Sakuya. Zu welchem Zweck soll das etwa uns ein bisschen trainieren? Das ist doch Mumpit. Kinkerlitzchen, ja? Sich sportlich betätigen ist für Bauern. Nein, nein, zum Spaß. Man soll doch sich daran ergötzen, wie mal die Landschaft sich ändert. Guck mal da, ja? Haben wir da nicht eine schöne Aussicht? Sakuya scheint so, als ob er immer noch irgendwas sagen will. Aber zögern kommt er zu mir rüber. Ich glaube, er tut nur so, als ob er wirklich wütend ist. Also er ist vielleicht ein bisschen wütend, aber nicht ganz so wütend, wie er tut. Ach Mann, was für ein Kind. Wie kindisch. Oh, aber meine Stats, wir hatten gesehen, beim letzten Mal hatte ich fünf Charisma, aber da ich im Musikunterricht gewesen bin, sind wir jetzt bei zehn Charisma. Meine Vitality ist immer noch bei 800 und mein Wisdom, meine Weisheit, mein Wissen nicht ganz so hoch. Vielleicht sollte ich diesmal ein bisschen was tun in der Schule, dass ich mal ein bisschen was hier lerne. Musik würde mein Charisma natürlich noch weiter steigern, aber ich möchte ja auch nicht als dumme Hohlbratze dastehen, wo alle einfach vorbeikommen, einfach mit dem Fingerschnippen und die haben mich schon unter ihrem Flügel dann dort. Ich muss auch ein bisschen was im Kopf haben oder jedenfalls so tun, als ob ich irgendwas im Kopf habe. Deshalb gehe ich einmal und habe Mathe. Mathe ist gut, Mathe macht clever. Oh, aber Johnny sagt hier, ich kapiere das ja überhaupt nicht. Oh, aber unser Lehrer Kazuaki, vielleicht soll es sich mal ein bisschen um die Grunddetails kümmern. Liebe, oder, nee, warte mal, meine Liebe, hat er wahrscheinlich gesagt. Jawohl, Sir. Johnny hat aufgelevelt. Wisdom increased by five. Okay, das ist schon mal besser. Jetzt bin ich neben mir komplett hohlbratzig. Ich bin ein bisschen charmant und ein bisschen weniger wissensbegabt. Aber, das ist schon mal ein guter Anfang. Ah, ich, der Lehrer spricht mit uns. Ich glaube, ihr seid es euch schon bewusst. Aber, das Sportfestival ist sehr bald. Bitte denkt darüber nach, was ihr denn tun werdet. Das Sportfestival? Ist es jetzt schon so weit? Oh, Mann. Wenn es im Herbst wäre, würde es mit den ganzen anderen Kulturfestivals dann in Konflikt geraten. Also wird es immer im Mai sein. Ach du meine Güte, denn es ist ja schon Mai hier. Wir haben ja einige Tage übersprungen anscheinend. Ich dachte, es wäre der Tag danach. Aber es ist ja seit dem letzten Tag ja schon ein Monat vergangen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was wirst du machen, Ryota? Ich habe mich noch nicht entschieden. Vielleicht werde ich ins dreibeinige Rennen reingehen. Irgendjemand muss es ja. Gibt es denn Vögel mit drei Beinen? Nee, gibt es nicht. Nur so Fantasywesen sind das. Mutantenvögel. Ja, das könnte vielleicht durchaus sein. Oder wie so bei einer Mutantenschule, wo man selbst zum dreibeinigen Rennen hingehen kann. Wer weiß, wer weiß. Oh, und da ist wieder San. Der ist mir zu crazy, muss ich sagen. Okusan wird den Marathon machen. Das wird er, das wird er. Du hast echt jede Menge Energie, Okusan. Was ist denn mit dir, Sakuya? Du kannst wirklich mich nicht erwarten, dass ich laufe in eine Rennen. Kannst du? Jetzt ist er auch zum französischen Yoda geworden, aber es tut mir leid. Ist einfach so rausgekommen. Es ist das Sportfestival. Ist hier nicht irgendein Event, bei dem man nicht laufen muss? Warum nicht ein Cheerleader sein? Äh, the general in other words, äh, ah, das Übliche in anderen Worten. Also gut, äh, verlasst euch da auf mich. Ok, Sakuya, Cheerleader. Hm, ich glaube nicht, dass das... Also auch, ähm, das Erste-Hilfe-Team, ähm, hat immer Leute nötig. Deshalb könnte jeder sich gerne dort beteiligen, wenn man sich noch nicht entschieden hat. Ok, ich könnte auch dem Erste-Hilfe-Team beitreten. Hm, das ist alles für heute. Ich hatte aber ein bisschen Angst. Vielleicht, wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, guckt den auf jeden Fall in der Playlist an. Da haben wir ja den dicken, fetten Doktor getroffen, der ein bisschen creepy war. Und ich glaube, der würde sich dann an mich ranmachen. Das wollen wir ja nicht, oder? Also, Ryota wird am dreibeinigen Rennenteil nehmen. Okusan läuft den Marathon und Sakuya ist ein Cheerleader. Ach, Yuya? Oh, Yuya könnte in dem Erste-Hilfe-Zelt sein. Das war's. Yuya ist der Bruder von Sakuya. Ok. Ach, das wird schwierig. Ich will mich ja eigentlich an Yuya ranschmeißen, weil das wäre ja ein richtig guter Fang, ne? Wenn wir Yuya den Schuhstecher sozusagen auf unsere Seite bekommen. Nur, da wäre vielleicht auch dieser komische Doktor in der Nähe. Was sollte ich tun? Mann, ich muss darüber nachdenken. Mann, das ist schwierig. Victory or Calorie? Tolle Schilder haben Sie an der Vogelschule in Japan. Ich habe fast Vögelschule gesagt, aber das wird dann hier wieder falsch ausgelegt. Heute ist der Tag des Sportfestivals. Mann, ich habe mich nie wirklich entschieden, was ich machen sollte. Ok, wo werden wir hingehen? Eine schwierige Entscheidung, über die ich tatsächlich noch ein klein wenig nachdenken muss. Und ich glaube, hier ist ein guter Punkt gekommen. Ihr könnt ja gerne in die Comments reinschreiben, was ihr denken würdet, wo wir daran teilnehmen sollen. Ich werde es mir ordentlich durch den Kopf gehen lassen und dann eine Entscheidung treffen. Was wir aber machen, sehen wir erst im nächsten Teil von Heart to Full Boyfriend. Dr. Love hat gesprochen. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie sauber.